Musik Hi, ich bin Alexa vom Medical Fitness hier in Bad Schwartau und bei uns trainieren die Jungs vom VfL schon seit Jahrzehnten und stehlen ihren Körper und aus diesem Grund haben wir uns auch eine ganz besondere Location heute ausgedacht und zwar sind wir heute hier im Whirlpool in der Holsteintherme und ich bin Maren, die Leiterin der Holsteintherme und wie ihr seht, hier ist gerade kein Wasser drin aber wir halten schon mal Stellung, bis ihr wieder zu uns kommen könnt und auch natürlich die Jungs vom VfL und jetzt haben wir erstmal für das zehnte Kalendertürchen eine Frage und zwar ist unsere Frage, wie heiß ist die heißeste Sauna in der Holsteintherme und was könnt ihr heute bei uns gewinnen? Ein Trikot vom VfL Lübeck-Schwartau und jetzt wünschen wir euch allen schöne Weihnachten und mit diesem Trikot unterm Weihnachtsbaum wird es natürlich noch ein ganz besonderes Fest für alle Bleibt gesund!